Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Ben und Ed. Wir spielen heute weiter und werden jetzt hier versuchen... Äh... Ey, das kann doch nicht sein. Das ist immer das gleiche Messer. Auf jeden Fall, wir werden versuchen, den nächsten Checkpoint zu erreichen. Oh Wunder, das probiert man ja sonst nie bei Ben und Ed. Z... Äh... Verdammt. Das war blöd. Och. Und dann falle ich da in dieses Loch wieder rein. Ganz ehrlich? Nein. So. Im Hintergrund natürlich gemütliche Klaviermusik. Muss so sein. Okay. Mit dem einen Bein hätten wir das letzte Mal fast geschafft. Und... Okay. Aber der Kopf... Vor allem, wenn der Kopf am Boden zersplasht, ist dann doch auch nicht so. Gut. Irgendein Messer schneidet mir immer ein Beinchen ab. Immer. Mindestens eins. Man schafft es nicht mehr ohne zwei Beine. Oder ich springe zu früh ab. Ich kann eigentlich direkt respawn. Ich versuche jetzt einfach mal durchzurennen. Okay, das war dumm, weil der Kopf weg ist. Ich habe aus Versehen die rechte Maustaste angefangen zu drücken und dann wird er langsamer, weil er sich den Kopf abreißt. Das ist natürlich immer etwas blöd. So. Okay. Hier rüber. Hoch. Hoch. Okay. Und dann kommt dieses Messer und zerteilt ein. Perfekt. Heißt, man muss da quasi warten. Okay. Oder das Messer zerteilt ein. Warum denn auch nicht? Abwechslung muss ja schließlich sein. Okay. Jetzt würde es gehen. Und dann fliege ich runter. Ich hatte da alle Zeit der Welt. Ich könnte mich da fünf Stunden hinstellen und es würde nichts passieren. Und ich springe natürlich schnellstmöglich ins Messer rein. Was denn auch sonst? Okay, dann schneidet das Messer zur Abwechslung mal unser Bein ab. Und dann werden wir natürlich zur Abwechslung mal von dem Messer geteilt. Okay, dann werden wir von dem mal wieder geköpft. Es muss... Es kann ja nicht immer gleich sein. Das geht ja nicht. So. Und... Ich fange doch immer an voll zu Bunnyhoppen. Ey. Ey. Das kann doch echt nicht sein hier. So. 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 Okay, jetzt. Ich habe alle Zeit der Welt. Dann... Okay, ich weiß nicht, wann ich... Jetzt. Okay. Jetzt. Und dann wird mir natürlich schon wieder so ein Drecksbein ab... Ja, okay. Diese Balken sind natürlich mit Absicht von diesen wunderbar netten Entwicklern, haben die keine Kante oder keine Kante oder keine... Keine... Ich weiß nicht, wie das heißt. Kein... Kein Körper. Ist natürlich nur eine Textur. Und dann fällt man da natürlich durch. Ja, ja. Die... Die Schlingel da. Ganz ehrlich. Diese Schlingel. Ja, und dann wird man mal wieder von dem Messer geköpft. Warum denn nicht? Ey. Ich will es jetzt irgendwie schaffen. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Aber irgendwas passiert immer. Aber gut. Es sind halt auch 50.000 rotierende Messer. Ich frage mich, wie viele... Wie viele rotierende Messer der für diese Show bestellt hat. Also ganz ehrlich, wäre ich hier so ein Fernsehzuschauer, hätte ich jetzt schon längst abgeschnitten... Äh, abgeschnitten. Vor allem abgeschalten. Ich fände es lustig. Würde es noch so Joker geben, so... Wie bei, ähm... Wer wird Millionär? Okay, jetzt. Wir haben die Chance unseres Lebens. Wir müssen sie nutzen. Messer ist... Durch? So. Ja, natürlich. Passiert das wieder. Man... Oh! Oh mein fucking Gott. Man schafft es. So, ich probiere es einfach mal ohne Bein. Da kann ich immerhin schon mal... Gucken. Was denn so auf mich zukommt. Oh. Praktisch. Weil dann... Obwohl. Ich kann eigentlich direkt weitermachen. Okay, hier kommt so ein Hammer hoch. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das dann machen soll. So. Okay. Okay. So. Da kommt gleich auch nochmal so ein Hammer hoch. Ah, okay. Aber auf den... Alles klar. Okay, auf den darf man nicht warten. Da muss man anscheinend einfach straight durchrennen. Okay. Oder man fällt natürlich runter. Dann ist das Problem von vornherein mit dem Hammer beseitigt. Oh, okay. Okay, 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 okay. So, jetzt. Renn, 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 renn. Oh mein Gott. Ich wollte die... Ich wollte die Dosen haben. So, so. Ah, ey. Das kann doch nicht sein. Okay, das schafft man nicht. Heißt, ich muss noch eins weiterspringen. So, so. Okay, verschnaufen. Wollen verschnaufen. Alles klar. Ey. Der rennt da einfach runter. Ohne, dass ich das will. Ich... Nun, es ist nur ein Klick. Eine Sekunde oder... Nein, eine Millisekunde zu lang auf W. Und dann passiert das. Okay, jetzt bin ich da stehen geblieben. Das ist auch ein Fehler, weil dann kommt der Hammer hoch. Und wenn der Hammer da ist, kann man gar nichts mehr erreichen. Okay. Dann fliege ich da wieder runter. So. Jetzt. So. Okay. Da kann man sich wirklich eigentlich ein bisschen Zeit lassen. Aber jetzt. Jetzt it counts. Okay. Na toll. Okay, da vorne kommen schon wieder 50.000 Hammer. Ja. Okay. Warum nicht? Mach das halt einfach mit mir. Mach das, ist kein Problem. Können wir... Können wir machen. Verdammt. Das war wieder dumm. Das war sehr dumm für mich. Okay. Hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Hier kann ich drauf. Okay. Aber dann direkt weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 naja, das, das war nicht very schlau. Das war very dumm. Ey, dieses Level killt mich echt noch. Diese Holzdinge machen mich echt noch verrückt. So. 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 Ja, okay. Macht es halt mit mir. Seid halt so fies. Ah. So. Jetzt runnen wir hier nochmal lang. Dann hier nochmal rum. Hier. Über den Hammer. Dann kommt hier der nächste Hammer. Man sieht es aber sogar immer noch ein bisschen. Dieses verzweifelte... Keine Ahnung. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber irgendwas. Ich bin einfach total verzweifelt. So. Dann probieren wir es nochmal. Der Laser Doom ist ein Kack dagegen. Ganz ehrlich. Obwohl, so hoch würde ich es nicht sagen. Weil dieses, diese komische Lasergitter war schon ein bisschen Kacka. So. Ich brüchte so einen Cheat, mit dem die Hammer nicht ausgelöst werden. Das wäre der Hammer. Äh, äh, äh. Oh. Also der wird zwar echt kacke. So. Okay, komm. Cheating. Oh mein Gott. I'm so... So pro-player. So. Okay. Komm hier rüber, 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 rüber. So. Und jetzt weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Dam, dam. Hier drauf. Der Hammer. Reißt das Ding ab. Wir rennen weiter. Wir scheißen drauf. Hier können wir einfach drüber springen. Hier können wir auch einfach drüber springen. So. Und dann geht es nicht. Und dann, dann springe ich immer nicht. Dann kann ich immer nicht springen. Ich drücke diesen Knopf sogar. Aber es geht... ...einfach nicht. Weil ich immer weg will. Weil ich immer das Gefühl habe, dass diese... ...Dinger kaputt gehen. Also, dass die halt kaputt... ...äh, natürlich gehen die kaputt. Aber dass die... ...so schnell kaputt gehen. Und dass ich nicht eine Millisekunde noch Zeit habe. So. So. Weiter geht's. Hier wieder drüber springen. Da wieder drüber springen. Da drüber. Hier rüber. 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 Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Als Ganzes. Aha. Obwohl. Ich brauch den... ...den Headflow gar nicht. So. Jetzt komm gleich dieses... Oh. Okay. Aha. Oh. Hier schon... Okay. Hier ist nichts mehr. Heißt, da brauch ich nicht hin. Ich kann dann direkt da unten. Ich sehe das Goal schon. Ich sehe es. Alter, das ist ja ein Hammer. Zum Glück bleibt der stehen und kommt nicht wieder zurück. Okay. Da ist auch so beleuchtet. Aber da ist nichts. Ich hab's gesehen. Da waren nur so drei Dinger, glaube ich. So. Schön den Button aktiviert. Okay. Die bleiben offensichtlich komplett stehen. So. Hä? Ach, hier muss... Die wollen mich doch verarschen. Aber okay. Ich hoffe, ich hab hier etwas Zeit. Nein. Natürlich lande ich dazwischen. Okay. Das ist nochmal ein bisschen tricky, weil man will zu diesem Tor, aber man kann da eigentlich noch gar nicht hin. Das ist... Nein, warte. Warte mal. Ihr wollt mich doch verarschen, ihr Schlingel. Was sind doch Schlingel hier? Ganz ehrlich? Oder... Ne, es war doch falsch, was ich gemacht hab. Es war falsch, was ich getan... Obwohl... War es doch falsch? Nein, war es nicht. Okay, ne? Alter, das ist doch echt verwirrend hier. Als ehrlich, wer hier durchblickt... Hä? Ah! Hinter mir, Michael Bay, explodiert alles. So, ich muss es gerade erst roughen. Roughen vor allem. Cool englisch ausgesprochen. Alter, 22 Minuten. Geht sogar noch eigentlich. 26 von 27 Dosen. Naja. Da hätten wir die eine auch noch finden können. Aber ich seh die nie. Also ich guck da nie wirklich nach, weil ich immer zum Checkpoint will. Weil ich sonst echt ewig brauch. Das müssen wir irgendwann mal noch... Kompliten. Aber wir haben das Bonuslevel schon anlockt. Die 14. Das ist natürlich... Aber wir haben bis jetzt ja noch gar kein Bonuslevel. Das haben wir noch nicht gemacht. Glaube ich. Ne, haben wir nicht. Dann, das haben wir auch noch nicht gemacht. Das auch noch nicht. Da sind wir jetzt schon durch. Und die hier alle auch noch nicht. Ja gut, aber wir haben sogar relativ viel geschafft. Ja, ich hab jetzt hier in einer Aufnahme zwei Level freigeschalten. Und dann beende ich aber die Folge hier jetzt auch mal etwas früher. Wir sind jetzt zwar erst bei 14 Minuten, aber... Ja. Manche Folgen gehen länger, manche kürzer. Das kann ich ja zum Glück selbst entscheiden. Deswegen ist diese hier jetzt einmal... Etmal kürzer. Mal etwas kürzer. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Episoden von Ben und Ed oder bei einem anderen Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.